Hallö schon und herzlich willkommen zur fucking fünften Runde schon von Dead by Daylight und wie man sehen kann, ich spiele heute nicht einen Killer, sondern ich spiele tatsächlich mal Überlebenden und ich bin noch nicht alleine. Ja, stell dich mal vor. Ja, hallo. Ich bin da Freund von ihr. Ja, er heißt Lars. Ja, hi. Bin so. Bei mir wird irgendwie niemand dazu joinen. Er ist übrigens schon in der Runde. Ja, das finde ich gerade ziemlich kacke, dass ich einfach direkt gestartet bin aus Versehen. Ja, er hat nur die Lobby gesucht und dann hat direkt die Runde gestartet, aber naja, das will man tun. Ja. Jedenfalls, wir konnten uns jetzt gleich auch gar nicht finden. Und ja, wir spielen jetzt erstmal getrennt und danach spielen wir noch eine Runde zusammen. Ne? Ja. Kommt drauf an. Ich hoffe, wir finden uns. Bei mir heißt hier einer King Orgasmus. Geiler Name. Bitte? Muss ich schon sagen. Bitte? Ach so. Hört man mich eigentlich gut, ja, ne? Ja. Gut. Wahrscheinlich meine Tastatur auch? Ja, die hört man eindeutig. Ja. Ich entschuldige mich mal wieder dafür, aber eine neue Tastatur hole ich mir nicht. Die ist erst neu. Genutzt wie die Maus. Also von daher, ich muss damit leben. Ha, ha, ha. Wir sehen mal wieder den wunderschönen Ladebildschirm. Ah, okay, jetzt geht's. Ich muss diesmal keine Musik drunterlegen. Endlich. Nein, das war Renn. Ich, ich möchte mich hinhocken. Lass mich hinhocken. Ich hab Angst. Mann, wo ist denn hier mal ein scheiß Gengenator? Alter Schwede. Oh nein. Es war in diesem Moment, Jackson wusste ich. Er hat mich. Scheiße, scheiße. Steh weg, klar. Er hat mich, er hat mich. Nein. Schnell weg, 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 weg. Nein, nein, oh mein Gott, ist es der Kettenzingenmörder? Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott. Scheiße. Er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Er sieht mich, er ist hinter mir. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Geh weg, verpiss dich, verpiss dich, du Arschloch, verpiss dich. Nein, ich darf keine Schifffahrt benutzen. Scheiße, nein. Hilfe. Nein, ich hätte was runter machen können. Nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Bleib weg von mir. Geh weg, er hat mich getroffen, nein. Oh mein Gott. Archi raged up, Archi raged up. Ich hoffe, er ist so eine Noob und redet meine Fußporn nicht. Fuck, fick dich. Das darfst du nicht tun. Lass mich in Ruhe. Er ist weg, er ist weg. Oh mein Gott. Alter, herz und fuck, er ist totes hier. Oh Gott, er hat das auch. Bleib weg von mir. Bleib weg von mir, du Spasti. Scheiße. Ich hätte eine Medipack mitnehmen können. Nein. Oh Gott, nein, er hat einen, er hat einen. Ist das irgendwo eine Truhe? Oh nein, ach, ich bin doch echt blöd, ey. What the fuck, warum hat der mich nicht geschlagen? Ist ja blöd. Ich suche eine Truhe. Ich brauche eine Truhe. Alter, ich bin schon so blöd und renne an dem vorbei. Und das sieht es nicht so, oder wie? Ach so, er hat einen anderen verfolgt, auf einmal. Oh, okay, alles klar. Gigi. Oh, Leute, repreend ist den gerade zu zweit. Ich wäre doch froh, dass ihr das zu zweit macht. Oh, mein Gott. Wo ist er? Wo ist er? Ich höre die Kettensegel, wo ist er? Was machst du so, ich schild? Ist das scheiße, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Er ist direkt in meinen Augen. Weißt du, was mir nicht gefällt? Ich höre gerade das Herz klopfen. Oh Gott, er ist da drüben, er ist da drüben, er ist da drüben. Schnell weg. Er hebt ihn auf, scheiße, hier drüben müssen ein Dinget. Einen Haken. Bitte komm nicht zu diesem Haken. Yes. Oh, wir haben das Tor frei bekommen. Er hängt. Nein. Er hängt. Ich kann ihn aber auch nicht retten, weil er ist bestimmt so wie ich und beobachtet den eiskalt. Ohne Scheiß, ich beobachte immer die Sterbenden so gesehen. Einfach aus diesem verdammten Grund. Sonst entkommt die mir. Immer. Ich brauche einen... Wo ist denn hier eine Dinget? Jetzt wieder mal. So. Konzentrier dich. Konzentrier dich, Aki. Da. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott. Ich brauche eine Truhe. Bitte. Oh, Alter. Er ist tot. Nein. Der Erste ist schon weg. Das nenne ich Entkommen. Ja, das nenne ich auch Entkommen. Ach, du Kacke. Und ich habe die meisten Punkte, die ich essen. Ach, du bist schon fertig? Mhm. Ich noch lange nicht. Das kann ich dir direkt sagen. Scheißkriege, weh, du verrätst mich. Wo ist eigentlich dieser King-Orgasmus, hä? Wo ist der? Hä? Dieser Name ist gottgleich, Alter. Ja, ist so. Dieser Name ist göttlich, ey. Alter, wie soll ich das denn später in meinen Lebenslauf schreiben? Habe zusammen mit King-Orgasmus gezockt? Oder was? Ich... Ich finde keinen Generator. Ich finde den nicht. Verdammt. Und auch keine Truhe oder sonstiges. Ja, toll. Da ist der Generator, der ist aber schon an. King-Orgasmus, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du einen, äh, Generator machen würdest. Scheiße. Scheiße. Oh Gott, danke King-Ventilator, äh, Ventilator. Oh, klar. King-Orgasmus, meine ich. Ich habe gerade zu meinem Medilator geguckt, sorry. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm ja nicht zu mir. Ich kastriere dich, Junge. Bitch, komm schon, hä? Doch, auf eine Kastration sagst, alles klar. Na, vor wem habe ich das? Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass er zu diesem Generator kommen wird. Ich sehe ihn aber auch nicht. Ich habe so einen neuen Markt bekommen. Ich habe da gehört. Ich habe es wirklich immer wieder zurückgezogen. Und ich habe noch weit überprüfen. Und ich bin nur noch ein paar Tage. Da ist wirklich gerade der Trotz von Fuss. Das ist wahrscheinlich einfach. Ja, ich habe auch schon. da kommt wieder ich war es erst mal wenn ich verblute ach nee warte kann ich ja gar nicht jetzt jedenfalls nicht kann man ja erst wenn man kriegt oder man an einem Haken hängt erst wenn man unten diesen Balken sieht ich hoffe so sehr dass King Orgasmus gerade ne Ding jetzt macht nein nein er hat mich nein nein er hat mich ey geh weg geh weg ich mag dich nicht geh weg lass mich in Ruhe wiggel 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 nein du hast ein Haken hä ich ach so scheiße man mir geht es ja mit A und D verdammt was nein nicht in den Keller nicht in den Pornokeller nein lass das lass das lass das lass das nein geh weg geh weg ich hasse ihn wenigstens geht er weg oh mein Gott King Orgasmus will mich retten ich mach keinen Fluchtversuch das könnt ihr vergessen obwohl einen kann ich machen nein ich lass das so leertaste spamm sagst du Wahrscheinlich hört man das grad voll laut, oder? Ja. Sorry. Sehr, sehr laut. Sorry. Alter. Ich will entkommen! Lass mich in Ruhe! Wo ist der eigentlich? King Orgasmus, ich hab nicht mehr lange, komm schon! Komm schon. Ach, Mensch. Ja, King Orgasmus, jetzt brauchst du gar nicht mehr kommen. Ach nee, er flüchtet grad. Verdammt. Das war ein Satz mit X. Ach, ha, 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 ha. Da hat man nicht aus und weiß man nicht, das war wohl nix. Tja. Da kann man mal sehen, ich bin definitiv als Killer besser. Ja, definitiv. Ja, also dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich, nachdem wir, ähm, ja, ne Lobby gefunden haben, wo wir beide drin sind. Und da sind wir auch schon wieder, ich hab ihn gefunden! Ja! Ja! Da ist er! Ja! Endlich! Meine Fresse! Bitte nicht wundern, weshalb er Level 4 ist und ich Level 2. Ich spiele nicht so oft Überlebender wie er. Ich spiele eher Killer. Äh, ich sollte fertig drücken. Oh Gott, ich hab Angst! Ich hab Angst! Spannig! Hast mal schön fett getrunken! Und schön geschlürft! Hm! Glaubst du, das kann ich nicht? Das ist meine Masche, hör auf! Ich mach trotzdem was trinken! Oh, oh, lol! Guck mal, nur Gruppe, WhatsApp. Okay, jetzt, jetzt, eventuell nicht, sonst kriegen wir alle ein Hirschaden, wegen dem Scheiß Handy. Ich kann zwar überlegt und gucken, aber gut, auch der Moment, da bist du, ich gegen die Richtung... Nein, es ist, ich sag... Oh Gott! als stark hätten sie immer direkt bei mir bei mir auch als er der städte neben mir direkt 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 nicht doch nein nein du hast mich nicht gesehen fick dich dass ich in ruhe nein nein du lockst den weg ok Kiste 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 ja ich bin er hat mich er hat mich die Säte ist alles versuchte ich zu retten eine wirklich garantiert er wird mich gar nicht kämpfen das war sie jetzt schon er für die Kinder ist das gut aber ja ich glaube ich weiß nicht und das nicht kämpfen nachher aber er ist genau auf mich zu und Scheiße hast du grad die Wölfe im Hintergrund gehört kennt mich auf jeden Fall er läuft die ganze Zeit und mich rum so gesehen ach scheiße du was soll ich sagen ich würde so ein Trottel ey ne also älter was ist denn ja er wollte mich hier gerade retten hat den Killer nicht gesehen kommt auf auf einmal kommt der Killer angerannt und zieht ihn natürlich von mir weg übrigens hast du jetzt freie Bahn dann oder der Typ der jetzt hier kommt gerade das ist bis zu runter ich bin runter ja aber jetzt ist der andere hat auch das war so gemacht oder wie Nö. Ein anderer hat mich geholt. War man zu treffen? Kommt drauf an, wo du bist. An einem Baum. Toll. Wow. Du siehst den Wald vor der Bäume nicht mehr, wa? Ja. GG. Nee, an dem fetten Baum in der Mitte. Wenn nicht. Wo hast du das Medipack? Was für Medipack? Bistus, bistus? Du wurdest gerade geheilt. Ja, aber das war ein... Ich habe aber mich nicht geheilt. Nee, du verkackst. Ich verkackst, ja. Wenn, dann du. Nee, ich hab schon zwei richtig gehabt, ja. Oha, ich hab's jetzt so gar nichts gehabt. Drei. Wenn du mir nicht glaubst, Videobeweis, bitch. Die Leute, die immer mit Videobeweis da ankommen, sind die Besten, ey. Kannst du auf YouTube gucken, dann hab ich einen Klick mehr. Nein, nein, sorry, sorry, es tut mir leid. Aber er klappt doch so, wie zu den. Nein. Alter. Jetzt hab ich's richtig. Wieso bekommst du eigentlich nichts? Tja. Ich hasse dich. Hass. Hass overloaded. So, er ist tot. Ja, mein Verloren. Ne, wo bist du? Wo gehst du hin? Wieso gehst du da hin? Wieso, was ist denn da? Da hinten ist der Killer. Der übrigens gerade auf mich zugerät kommt. Und du weit weggehen solltest. Und dann zu Gras. Pokémon. Sorry. Wo ist der? Frag ich mich auch grad, wo kommt der? Von wo? Der würde ich auch gern wissen. Ist er mir vorbeigerannt? Ich helfe gerade in einem anderen Typen beim Reparieren. Wo denn genau? Keine Ahnung, an so ein Gebäude, an so ein Gebäudekomplex, was kaputt ist, an so einer Ruine halt. Ja, ja, warte, warte. Hi, 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 hi. Wo bist du? Da bist du. Ja, hi, hier, hi. Wir sollten nicht zu dritt rumlaufen, das ist nur Futter. Oh. Aber da hinten ist er. Er rennt grad zum Generator. Hier hinten ist der nächste Generator. Was ist denn? Fast hätte ich wieder. Fast hätte ich wieder das geschafft, ey. So, wir reparieren hier jetzt zu dritt, hab ich gehört. Zu dritt. Geht schneller. Alter, alles klar. Ich hab zwar gedacht, wir reparieren uns zu zweit, aber gut. Nein, sorry. Oh Gott, es tut mir so leid. Alter. Das war aber nicht nur ich, ja? Ich werd weggehen. Ja. Ich bin weggerannt. Ich bin ja im Hohen Gras. Aber das ist meine Spuren nicht. Nein, er hat sie. Er hat sie. Sie lockt ihn von mir weg. Von mir weg. Schatz, wollen wir reparieren weiter? Ich bin gerade an einem anderen, äh, Monat. Ich bin gerade an einem Generator gerade. Der andere ist nicht, da fehlt nicht viel. Den müsstest du auch alleine können. Ja, nur ich warte lieber mal, bis sie aufgehängt ist. Bis ich weiß, dass sie aufgehängt ist. Okay, jetzt ist es aufgehangen. Alter. Wehe, ich bekomme einen Quick-Pick-Moment. Das ist echt scheiße dann. Nein. Ich geh weg. Also für ihn, äh, für uns. Für den, der hängt nicht, aber für uns. Ja, mach mal Kittens, mein Freund. Ich hab gleich den nächsten. Das ist gut. Wir können sie leider nicht befreien, Leute. Das tut uns leid. Für die Leute, die das Video jetzt sehen. Also. Also für denjenigen, der das sieht, da. Sorry. Also der da hängt dann. Und der, der das hier sehen sollte. Sorry. Scheiße, die sind auch noch dort, wo der Killer ist. Ist das die einzigste Tür? Scheiße. Schatz, er hat mich gleich. Nein. Oh Gott, ich bin direkt bei dir. Oh, nee. Ah? Er ist hinter mir her. Okay, okay, Plan. Du, äh, du versuchst, so schnell wie möglich von ihm zu entkommen. Okay. Und dich geschasst zu werden. Ich mach den Ausgang. Und du rennst dann direkt zum Ausgang. Scheiße, wieso rennst du zum Ausgang? Keine Ahnung, weil ich nicht mehr dachte, er ist hinter mir. Ja, toll. Ich bin eindeutig tot. Soll, soll ich's trotzdem machen? Ja. Okay. Ja, ich bin tot. Ich werd nicht zu dir kommen, sorry. Aber... Ja, er lässt mich auch liegen. Du kannst... Schatz, du kannst versuchen rauszukriechen. Weißt du, so wie Tobi das eine Mal. Nee, Curry war's. Curry war's. Die Frage ist jetzt, wo ist die... Ne? Äh, Falltür. Falltür? Ja. Krieg ich beim Ausgang lang? Krieg einfach in Richtung Ausgang, wenn du dann die Falltür siehst, der kriegst einfach zur Falltür. Kriegst du gerade Richtung Ausgang? Was an, es bleibt mir ja nicht übrig. Okay, ich dachte, der Ausgang wäre in der anderen Richtung. Der sagt... Aber immer schön ins Gras bleiben. Der wird am Ausgang warten, bis ich dahin kriege ich. Der ist wirklich blöd. Wer weiß. Jedenfalls hast du nicht gerade sehr viel Zeit, weil du verblutest. Das Recover bringt übrigens überhaupt nichts, weil wenn du fast vollständig Recover... Bleib stehen, bleib stehen. Wenn du fast vollständig Recover bist, dann steht da nur als Suchhilfe. Ja, er hat mich. Ja, er hat mich. Ja, er hat mich. Scheiße. Ich bin tot. Das ist ein schlauer Killer. Er hat drei getötet und einen bekommen. Wenn du dich jetzt freiwillig, geht's dann direkt Richtung Dingens gehen. Ah, okay. Will jetzt nicht ganz sicher nicht frei. Nee. Kann mich auch nicht mehr wehren. Scheiße. Ich bin die Einzige, die in Kommiss. Darauf verliere ich erstmal einen Punkt. Verdammt, aber ich hatte doch schon zwei. Ich habe einen bekommen. Tatsächlich. Also ja. Ich fand's gut. Ja, ich habe einen verloren. Ich würde dann sagen, wir sehen uns. Bis denn noch. Zur nächsten Runde von Dead by Daylight.